Ja, komm, beeil dich mal! Ich will was sehen für mein Geld, los! Willst du dich noch hin? Wann ist das denn? Buh, Buh, Curry! Hör mal auf! Ich fühl mich schräg an, oder du hast mir gekämpft! Alle beeil dich! Alle beeil dich, Curry! Wir wollen was sehen für unser Geld! Curry, komm! Ja, Curry, hast du hier! Warte mal! Du schickst doch das Scheiße! Okay, jetzt ernst bleiben! Wir glauben an dich! Wir glauben an dich! Hast du es gemacht? Alter, das gibt es nicht! Für jedes Wort, das ich sage, zahlst du einen Euro, ne? Das war ja so abgemacht vorher! Mit Zinsen! Klar, Tobi! Du musst sie ja nur abholen! Wie sehr magst du Gerd? Ich habe da noch so eine Einzimmerwohnung neben Timmy frei, wenn du willst! Die ist im zehnten Kellergeschoss! Gibt auch einen Fahrstuhl! Oh, wie gemein! Mit Rampe! Alter, was ist denn das für eine Dildonase, bitte? Ich bin jetzt, Mann! Sitzt du doch schon drauf, oder was? 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 Ja, hat sie doch gesagt! Was? Hat sie doch gesagt! Ich bin mein gut! Ich bin meine richtig geil! Ich bin mein gut! Hey! 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 Tobi! Tobi! Tobi, los! Oh mein Gott! Oh! Kannst du jetzt nicht mehr, ne? Ja! 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 Nein! Ja! Toll! Nein! Ich kann doch! Ich kann doch! Nein! Nein! Ah, schön! Geil! Achso, Tomaten und Gurken, weil Pan grad steht! Und Stuhl, also was? 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 Ja, ich kann mich nicht bewegen! Ich komm nicht weg! Hä? 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 Was macht die? Was macht die? Was macht die? Ich bin... Alter, du wurdest grad vorher beschmissen, weil du nicht gelaufen bist! Alter, so puh! Okay, sag mal, irgendwie... Hä? Du bist da zweimal respawn bei mir auch? Also das mach mal! Wir kriegen schon wieder hin! Alter, jetzt warte ganz kurz die Gurken, Tomaten und Eier! Tui! Ich kann doch nicht dafür! Verdammter Mann! Tui! Ich kann doch nicht dafür! Möde HSV! Ole Ole! Tui! Ich kann mich nicht bewegen, ihr! Scheiße! Alter! Das ist so gemein! Gute Lose! Naja! Dann mach ich mal kurz den Cut und dann äh, geht es gleich weiter! Alles klar, okay! Cool, Alter! Das ist dann beim Wrestling, Alter! Ja... Die Musik war ja fast voll langsam! Ja, du, Null, Null! Alles einfach! Hey, das kommt jetzt jetzt! Ja, bei mir auch! Ja! Hey! Achso! Ja! Schön! Ja, wollen wir es jetzt einmal bei der ersten Folge belassen! Die ist jetzt ein bisschen kürzer! Wie lang ist denn jetzt? Zehn Minuten? Das wär geil, ne? Also wenn ich Trader wär, Tobi, wenn du Bock hast! Curry, wie ist denn die Hohle? Äh, die Hohle! Wie ist denn die Hohle unten? Wie ist denn die Hohle unten, Alter? Hier runter! Entschuldigung! Entschuldigung! So, äh... Ja, Traitor? Hm? Bist du in den Prinzessin-Pan? Prinzessin? Ich bin doch hier, hä? Bist du besoffen, oder was? Der hört dir einmal nicht zu! Guck mal, wie ruhig! Hä? Das gibt's doch nicht! Hä? Der Curry, der Curry lebt wieder in seiner eigenen Welt! Ist doch wieder Propaganda-Curry, oder was? Ja, na klar! So! Juroklesen! Der Junge hat sich wieder rein gefahren, ey! NSDAP-Kleve, Alter, ganz groß hier! Ey! Vor allem die Pase... Ich hab den ultimativen Trick gefunden! Zeh im Jetpack, weißte! Vor allem dann einfach vorne draufstellen, direkt! Hallo, hier bin ich! Oh! Geil! Ey, stopp! 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 Erik hat den Tobi grad mit der Sniper abgeworfen! Abgeworfen vor allem! Oh nein! Achso, ich dachte, dass der Pan, die mir wieder hinterherläuft gerade! Äh! A la Curry, was war das denn grad mit der Babygun? Für ein verwichster Versuch! Unter Wasser! A la Curry! Wie dumm kann man denn sein? Nein, Alter! Oh mein Gott! Was war das denn? Bist du erstickt oder was? Ja, ich bin da drüben! Wie die Leiche da treibt, Alter! Ich wollt grad, ich wollt grad wie so'n Junge, so'n Phönix aus der Asche kommen mit dem Jetpack aus dem Wasser raus... Alter, Enten schossen! Scheiße! Ey, wie geil wär das gewesen, wenn ich dich aus dem Wasser raus rausgefallen hätte! Oh, lol! Ähm... Ich hab vorhin auf den Kopf geschossen von der Pan und der Skin ist einfach, glaub ich, zu groß! Achso! Wahrscheinlich da, wo der Hals ist oder so! Achso! Wahrscheinlich da, wo der Hals ist oder so! Mann, ey! Wie funktioniert die Karte, ey! Anna! Tobi, was soll das? Ich hatte... Oh, kleiner Dreck! Warte, du! Ah! Ich glaub Curry ist es! Ah, verdammt! Ich hab den Bumerang nicht mehr! Ich dachte, ich hab den Bumerang noch! Was hab ich dir gesagt? Ich hab's gesagt! Ich hab's gesagt! Ich hab's gesagt! Warum schießt du denn auf mich dann vorhin? Ich hab's gesagt, ey! Weil der Curry stimmt halt! Ich hab's genau gehört! Hier war, war Gabor bei Juanita, ich muss das wissen! Natürlich war sie das! Juanita und ich wollte heiraten! Ay, Karamba! Lava! Muschas! C'est terrible! Ah, ne nicht, Sir! Wie hieß das? Warte mal, soll ich erstmal außenrum weg machen wegen... Zwei! Lava! Das waren viele! Ich hab zwei gezählt, insgesamt! Geil! Natürlich! Brauchst du zu, weil ich aus Schwaben landle? Ja! Außerdem, ich dachte, wir teilen das sowieso! Okay, ja! Weil ich ja bestimmt noch mal einen Diamanten nachher noch kriege! Hier mehr war nicht drin! Fair ist fair, Tobi! Was willst du? Abzüglich pauschal! Ja! Hey! Ich schmeiß mit Essen rum! Es gibt Leute... Hä? Ich bin gestolpert vielleicht? Machst du immer nicht lustig über meine Gebrechen? Machst du immer gerne Behindertenwitze oder was? Hä? Sag mal bist du behindert! Ja, ich hab unkontrollierter Körperzuckungen! Ich klatsch die Leuten immer ein, ne? So! Na, kleiner Freund? Geht's dir auch manchmal so scheiße wie mir? Hast du mal aufwand den zu hauen? Ich tätschel den! Guter Junge! Guter Junge! Guter Junge! Au! Ich tätschel dich! Liebe! So hab ich Liebe kennengelernt! So hab ich Liebe kennengelernt! Hier sind ziemlich viele Zombies! Dui! Au! Au! Jetzt würdest du echt mit so Zähnen und Zahnfleisch in allem spucken, weißt du? So ne schöne Vereiterung im Zahnfleisch einfach! Und da meint die Mutter damals so zu mir, pass mal bloß auf, dass der Junge genug frühstückt! Oder dass der Junge sein Frühstück isst oder irgendwie sowas! Das ist total geil! Tobi! Jetzt ist natürlich die Frage, die wir uns alle stellen! Ah, fuck! Ja, fuck! Fahr doch! Ciao! Sei froh, dass du dich im Meer liegst! Warte, du bist nach dem Morgen ja schon wieder da, hab dein Zimmer untervermietet! Da wohnt jetzt Jörg! Ja, das schon für 6 Monate im Voraus bezahlt! Hab dein Zimmer untervermietet an Krombacher! W-wa-warum? Weiß nicht so palettenweise das Bier, sowas! Steht einfach voll sinnlos! So als Endlager für Krombacher! Trinkst du doch nicht Alkohol, Tobi? Ja! Echt? Ja! In welcher Frequenz? Mein Lebensmotto ist, zwischen Leber und Milz passt immer ein Pilz! Ich trinke Eiswürfel ohne Jackie! Oh, du gibst die aber, ey! Das ist der Light-Mix, Alter! Das ist der Light-Mix! Krass! Sorry, wer ist Tati? Ist das vielleicht Pans Freundin? Ja, geh mal! Und ich habe sie beide! Was? Stille? Häh! Hä, hä. Was denn? Hey! Hey. Hey. Oh nein, der Wassereimer ist leer. Ey, sag mal! Hm? Wenn du Beton-Mischer dabei hättest du jetzt auch reingekippt, ne? Ne, ich hab das grad nur festgeschätzt, was da einfach drin ist, unabhängig davon. Vielleicht hier, weil du hier das Wasser drin hast. Probierst du die Fackeln hier echt links gesetzt hab. So. Wir sind wieder zu Hause, Tobi. Oh nein, warum lauf ich dir eigentlich nach? Warum sind die denn auf der... Hä, aber ich muss doch dann... Die müssen doch hier irgendwo... Vor allen Dingen ist das nicht nett, wenn man die zu Hause zu Besuch hat. Und die nehmen einfach dann eine Bude auseinander. Na gut, bei dir kann er ja nur mit solchen Regalen werfen. Vielleicht nimmt er sich was aus den Regalen, das wäre ja auch schon mal höflich. So eine Axt und wirft sie dir einfach nach, so... So, guck mal, hier hinten waren wir auch, ne? Genau. Warte, 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 warte. Bist du sicher? Bist du sicher? Ja, hier, also... Achso. Hä? Hä? Hä, wo bist du? Hä, Tobi, ey. Hier, ach, das ist der gleiche Weg, okay. Das ist der gleiche Weg. Toll, danke, toll, danke. Voll die Slapstick-Komödie einfach. Ich hab auch was dazu beigetragen, was wir zu empfinden. So, hier... Was ist denn? Nein, guck mal da unten. Nein! Ich lebe, ich lebe! Tobi! Ich lebe, ich hab ein Hilfeser. Aber Vorsicht, da ist ein Skelett bei dir in der Nähe! Ich hab mich eingebaut! Alter! Warte! Oh, 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 Alter! Ich brauch gleich fünf Zigaretten, glaub ich. Alter Schwede, bitte, Tobi, kommst du mir nach oben! Oh, Alter, gleich, da wär in beinahe vier Stunden Arbeit im Arsch gewesen. Diesen Sturz kannst du als Rekonstruierung nehmen, wie Timmy gestorben ist. Ja, das ist ne gute Idee. Ich werd mir deine, deine, ne, deine Folge auf jeden Fall mal angucken. Tobi, Tobi, machst du dich etwa über Leute ohne Körperteile lustig? Ist das, ist das jetzt so ein neues Ding, Tobi? Ja, klar. Ah! Curry, deine Schmierfleck! Alter, erstmal Curry bewerfen. Nein, geh weg, hör auf damit! Das beste Feature am Spiel ist Curry bewerfen, Alter. Das beste Feature. So ein Kack, ich kann gar nichts mehr machen. Handicap! Geh weg, hör auf damit! Nein, Alter! Alter, wie gut war das denn, Curry? Wie gut war das denn? Ey, Pan, was ist bei dir los? Alter, Pan, was ist bei dir los, Alter? Es geht leider nicht schneller! Pan spielt einen Regenwurm, Alter! Alter! Das gibt keine Kekse für dich! Das gibt keine Kekse! Alter! Vorsicht, Alter! Wow! Wir brauchen mehr Stühle! Boah, sie geht aber ab! Nein! 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 Was? Was? Oh Gott, das ist doch nicht wahr! Oh Mann, das tut das super! Guck dir mal die Zunge an, ey! Guck mal, wie die schlabbert! Guck mal, wie die schlabbert! Voll geil, ey! Boah, wie mein Pimmel hier schlabbert, ey! Bitte was? Okay, ich starte jetzt! Entschuldigung! Was sagst du sonst nur abends? Was sagst du sonst nur abends? Guck mal, wie mein Pimmel hier schlabbert! Das ist Roy Black, mein neuer Strap-on! Ey, was ist das denn jetzt? Aus dem Weg! Oh mein Gott! Ah! Ah! Was? Ah, mein Fuß! Ah! Nein, aua! Ah! 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 Die Schmerzen! Ah! Ah! Ich bin einfach abgebrannt, Mann! Ey, warte mal! Ey! Ey, Alter, Curry, du Wichser! Ey, Coop, Mann! Hilfe! Was macht meine Lenden? Alter, ihr seid so ne Schweine! Ey, das ist ja mit der Dark-Rule ist jetzt hier! Ah! Was, Tobi, ich will mal was probieren! Warte mal, kann man? Ey, was hast denn du jetzt vor, Alter? Hä? Alter, da bin ich raus! Ehh! Mit den Tropfen, Alter! Mit den Tropfen, Alter! Warte, warte, warte! Meine Dildo-Nase, Moment! Ja, bitte! Hä? Ne, ne, ne! Warte, was ist denn jetzt? Ey, Curry, du machst da was falsch! Da! Oh! Oh, ich komme, ich komme! Warte! Was ist hier los, Leute? Alter, machen bitte! A la Zombie-Gangbang! Ja, total! Okay, tschau! Okay! Pan, kommst du! Ich hab sofort! Oh! Oh! Nein, Pan! Hör auf! Ist gut, jetzt! Ah! Alter! Ey, ehrlich, wir haben gewonnen! Ja, geil, Alter! Ja, Hammer, ey! Verdient, verdient, verdient! Verdient, verdient! Tobi, kommst du! Curry, Curry, komm jetzt! Wir wollen das Level beenden! Okay! Alter! Ihr seid so bescheuert, einfach! Boah! Ey, du bist doch da! Ah, schön! Schön, schön, schön! Sind Sie ein Opfer der schlecht ausgebauten amerikanischen Sozialsysteme? Ich muss weiter, leider kann ich Ihnen keinen Drink anbieten. Oh, warte mal, sie fotografiert von vorne, die Leiche wird aber von der Seite angezeigt, genau wie sie hier liegt. Äh, na gut! Es ist eine gute Bildung des Körpernisses. Ich mag, wie die state-of-the-art-Kamera den Angeln des Films verändern kann. Okay, ja, gut, dann verstehe ich das. Und die Leiche hier unten sieht wirklich aus wie von Sierra. Es ist mit dem Unterbruch. Aber es ist eine alte abhandene Schraube. Fühl mich einmal, schäme auf mich. Fühl mich zweimal. Warum, Brüder, wenn ihr Seine sind? Ich mag die Emily, sympathisch. Das ist sehr seltsam. Sollte ich mir den Spielstand speichern? Was? Was macht die Frau da? Was genau? Das sieht aus wie die weinen. Das ist doch nicht so schlimm. Ähm. Warum? 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 Das ist so sinnlos. Warum mache ich das? Wieso mache ich das überhaupt? Ich nehme das alles mit. Ist mir egal. Oh, ja, almost forgot. These Tron-Machines are fully voice activated. So, if you need any information, just talk to them. It's like we're living in the futuristic year of 2017. Und so nenntegy. Huch? He, Mongo! Hup! Äh, Tobi! Tobi! Alter, was? Du hast mich getätet! Willst du dich verarschen?! Ich will den Golem, ich will den Golem grade umbringen, man! Du hast Pul pizz. Ich will den Golem umbringen! Tobi, ich schwöre, ich wollte den Golem umbringen gerade Du hast mich umgebracht, du dreckst auf Ich wollte den Golem, ich kann dich doch nicht mit einem Schlag, ich kann dich doch nicht mit einem Schlag getötet haben, Alter, das geht nicht Du hast mich umgebracht Alter Tobi Alter, Tobi Was machen wir jetzt? Dein Grabstein ist hier, da sind alle nur Sachen drin Wie soll ich da hinkommen? Wie soll ich dir sagen, wo wir sind? Portem Ich weiß nicht, wie das geht Mich verarschen Warte mal Nein, ich weiß, Portem ist irgendwie assi Boah, da hast du ja ganz kurz Tageslicht gesehen, Tobi, ich bin so neidisch Ne, es war Nacht Oh Gott Ich hab mich auch voll gefreut Oh geil Oh Oh Alter Was ist da los Oh, das ist wieder ein Golem, ich hau ab Geh doch schon mal hin, Tobi, ich komm gleich nach Ja, 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 ja So Tobi, weißt du, wo es lang geht? Klar Alter, hier ist mein Bock Alter 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 Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott, das baue ich wieder zu Das baue ich wieder Hilfe Okay Ich will nach Hause Oh alte Scheiße Jammer FC Schalke Wir kamen von hier hinten Hier, Tobi Tobi, komm rein, hier Komm hier rein Guck mal hier auf der rechten Seite Kennst du das noch? Tu hier Der Erdblock Alter Alter Der fucking Erdblock Alter Ich wichs mir in die Dosenrobe Was? Ich wette, wir stehen gleich wieder am Grabstein Ja Wenn die Fackeln hier nicht mal links, mal rechts wäre Das macht mir Angst, Tobi Warte, warte Hier, rechts, rechts Hier gehts lang Hier gehts auch noch lang So Dein Charakter sieht immer so lustig aus Was? Hier, Fackeln Fackeln rechts, aber das ist wahrscheinlich nicht richtig, oder? Wo gehst du hin? Alter, wir kommen hier sowas von raus Oh, hier ist noch ein Seitenarm Okay Oh Marmor Oh, eine Schlucht Alter Tobi Puh Was für ein Abenteuer Alter Schwede Ich bin so fertig Oh, hier ist noch Marmor Oh, was? Was ist das? Achso Guck mal, hier gehts so ne Treppe hoch Warte mal, wo ist der Hase? Warte mal, wo ist der Hase? Ah, alles klar Kannst du auf dem Wasser laufen? Ja Alles klar, der kommt hier direkt aus dem Boden Das ist dein Grabstein Warum kannst du auf dem Wasser laufen? Mein Junge Ich kann Brot im Ofen machen und Wein trinken Du siehst nicht nur aus wie Jesus, du bist auch Jesus So Tobi Tobi Was ist das? Was ist das denn Tobi? Was ist denn das? Er ging sofort wieder zum Glied, weißt du? Also Tobi, was ist das hier? Könntest du mir das erklären? Kennst du schon Pete Glied? Pete Glied? Was ist das denn mit Tobi? Das Geflüsterchen in deinem Lager ist auch zu etzt Oh geil Habe ich überhaupt Platz dafür? Das passt aber auch, du musst mir eigentlich keine geben Ich habe 33 Okay Wie verbleiben wir es? Was? Was ist das? Jetzt überleg dir bitte nochmal ganz genau, wieviel du mir gibst Also was ist denn da los, Alter? Ich habe ihn nämlich Ich äh Erzogen Was denn? Unten links Was? Unten links? Was? Das hast du gar nicht lesen können gerade, es scheint gerade, warum bist du so ein böser Mann Achso Schön Der kommt mir ein bisschen zu nah Tobi, ich komme hier aus der Ecke nicht mehr raus Kann sein, dass du gleich schwanger bist und kriegst Tentakelarm Alter Aua 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 Ich muss mal gucken, ich muss mal gucken, ob ich bei Glied nicht noch ein paar Einstellungen machen kann Dass der Sachen schießt, zum Beispiel Milch? Was? Was alles? Das wäre eigentlich so lustig Mmm Aua 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 już Das war's für heute. 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 Das war's für heute.